Hallo miteinander, heute mal ein außergewöhnliches Video und zwar ich habe hier mal 1030 oder 1130 Seiten von dem, wie sie ist denn das, von dem Forum overunity.com reingezogen und zwar die Kategorie Joule Deep. Ehm was möchte ich mir noch voraussagen, sowas mache ich nie wieder, war richtig geil und da gibt es noch 1000 Unterkategorien und natürlich habe ich das wieder alles überlesen und alles falsch, ist klar, welch bescheidiger. Aber ja sowas mache ich in Zukunft nicht mehr, weil es einfach bringt nicht viel. Geplant ist jetzt noch für euch, ich dachte gut, wenn wir jetzt den Scheiß, da ich jetzt gemacht habe, besser ist, ihr macht es selber und macht dann auch mal ein Video drüber. Weil wenn ich verstehe und das bringt nicht viel, jeder muss selber verstehen und lesen und kapieren. Ja das ist nochmal eine kleine Zusammenfassung mache, ich habe mir über Screenshots, es sind einige gute Sachen dabei auf jeden Fall. Und die, wo ich der Meinung bin, dass das nochmal der Erwähnung wert ist, vorweggenommen, also die Schallpläne, die ich gezeigt habe, diese 5 Versionen etc., die sind nicht drin. Eine Version ist drin und zwar von Collector auf Plus und Collector auf Minus. Das gab es tatsächlich schon. Der Rest ist, ich habe nichts gefunden, natürlich wird wieder der eine oder andere, der muss nach 6000 Unterkategorien und mach's. Wenn, dann schickt ihr mir das in Zukunft. Könnt ihr euch das Video angucken, wenn ihr das gefunden habt in dem Video. Oder in einer 6000 Stunden Doku und ihr sagt, hier in den 2 Minuten, dann schickt mir die 2 Minuten und ich gucke die an. Ansonsten mache ich sowas nicht mehr. Tschüss. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Na machtet euch halt selber. 62. 40. Der bringt aber dann einen Knochen-D mit oder irgendwas. so was. Aber im Kasten, johle. Im Kasten, so den Power-Monts anreiten. Mit einem Videos haben mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt muss ich mir hier 1130 Seiten angucken, genau. Und dann, du weißt, was die Nacht zu tun hat. Ich wollte gerade fragen, was machst du in den nächsten Verbindungen dann, wenn du das gleich fertig hast. Was ist denn das jetzt? Hä? Das muss hier unten auf 2 klicken. Ach Gott. Also parallel. Parallel. Hm. 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 Guck mal was hier steht, wir haben einen Null-Volt-Batterie. Alle 3 Stunden, guck mal. Hm. Hm. Na, aber was meint denn der? Sehr bitte. Vielleicht hat der Rehme von der Juicy von denen auch angefangen zu blinken. Weil die Batterie sich wieder nach Handzeit erholt hat. Naja, aber hat ja hier gehen... Was bezieht er sich? Rrrr. Oder mal, wie hieß der? Oliveras. Naja, kacktültig. Oh, muss ich ja jetzt jedes Mal das raussuchen, oder was? Naja, kacktültig. Naja, kacktültig. Also. Hei, überall in LED, ne? Vielen Dank. Marim? Scheiße, die Pännchen. Ja, bla bla. So ein Haufen Krempeln, eine E-Mail-Idee. Ach, da wird jetzt hier tausend Seiten rumgeschwurbelt. Da wird ja noch mal so ein bünder Bildchen geteilt. Das ist ja eine never ending story. Boah, das sind absolut die Pops. Das ist ja die 55 Stunden mit einer Single-A-Batterie. Guck mal. Ja, nichts. Da müssen wir ohne Vorwiderstand bauen. Krieg mal 55 Stunden dann hin. Hält wahrscheinlich trotzdem länger. 33 Milliarden. Top, Digger. 50 Stunden ist ja nichts. Top, Digger. Das musst du hier. Du musst nicht bei mir. Nicht meine Videos. Digger. Immer hier tausend Seiten lesen und dich zerschwurbeln lassen. Bist du nicht mehr wissen will. Ach so, ja, okay. Boah, so viel. Hätte ich es nicht gedacht. Ja, vielleicht bist du in 500 Seiten schon zerschwurbelt. Oh nein. Da haben wir drei Leute geschickt. Weil, da muss ja jetzt hier, da müssen ja 10 Schaltpläne drin sein mit, wo die LED so verschalten ist, ne? Ja, die sind wahrscheinlich alle schon platt, die sind. So viel das Earth-Batteries self-induktion kann. Dann komme ich wieder zur Startzeit danach. Ach, das ist wieder super. Wie behindert ist denn das, Alter? Ich klicke auf den Link und dann komme ich wieder oben an die Startseite. Dann war mal bei seinen Sex. Und wenn man es歡迎, dann gehen wir hier. Swanesoul. auch mal 220 umwiderstand was kann man jetzt mit 1000 seiten angucken da waren ja stunden dann sollst du dir 6000 seiten noch angucken ja 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 1 euro und verritrigen ein kilo ne 5 stück 1 euro 2009 ist ein krasser kostet jetzt keine ahnung 5 euro ach das ist ja interessant jungs das hier wird dann die 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 dings von den kameras haben sie damals stimmt ich hab schon geräte gesehen als die schaltung auch so wird für was anderes ja aber den trigger haben wir nicht abgenommen warum warum noch ach weil alle alles schon wissen ne haben wir nicht abgenommen ja schon und wenn du mal wieder vom ozzie ein paar bilder machst ne quasi ein paar ozzie bilder die anguckt kannst du mal das eine oder andere bild mehr mal schicken Einstellungen, alles was sie waren. Hä? Oh, siehbilder. Wir haben sie sogar zwei Ausgänge verschenken. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Naudin gab es ja auch noch. Was ist das? Was ist das? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist... Das ist... Das... 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 Vielen Dank. 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 Habe ich... ... 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 Wenn ich mir ein bisschen Mühe geben, kriege ich das sogar ohne. Oh, guck mal. Warte, die, Vorwiderstand, Schalter, LED. Na, warte. 304 Seiten. Kriegst du das vorgesetzt? Was ist das? Unterbrecher? Ein Schalter. Ja, als Unterbrecher. Ja, Spulenreihe, Unterbrecher. Wie Elektronik, es ist gesagt. Guck mal, gegen Minus. Aber wenn der Speck EMF macht, dann läuft der Puls noch in die Batterie zurück, what the fuck? Nee, da gehts immer drauf. Das ist die Readschaltung, ohne dass sie den Reads eingezeichnet haben. Stimmt. Ja, ist recht. Aber trotzdem schluckt die Batterie viel, weil keine Dioden drin ist, die das aufhängt. Ah, das geht ja auch ohne. Nee, du hast hier, guck mal. Wenn die Batterie Eingangsspannung... So, du siehst, beim Abschalten sind ja hier noch 12 Volt. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Dann kommt das Plus vom Back EMF oben drauf und geht, weißt du? Ja. Gegen Minus. Du hast immer das Eingangspotential mit drauf. Wie hat Elektronik gesagt? Na, wenn du das Eingangspotential mit drauf hast, ist ja effizienter. Ne, also eine LED... Ja, das ist ja eh wieder nur Messfehler. Ja. Und da kommt der ganze Müll her, da ja. Ich hab' lede verblödet. Oh, mein Handy hat mir gerade gemeldet. Akku leer. Ja. Ja. Ja, schön, wenn das wirkt bescheid so. Doch, meine Nahrung ist erhitzt. Ich hab' jetzt morgen erst geladen. Akku jetzt schon leer. Oh nein. Ja, ist entweder der Akku mit Frott oder irgendeine Scheiße nach dem Hintergrund. Beides. Ne, okay. Ja, dann gibt's ja eine Erfindung mehr. Ich glaub, Energiesparmodus, so geht's ja. Ah ne, ich muss ja die volle Leistung haben. So. Dann, äh, ähm. Kannst du was anfangen? Ich baue ein, äh, so viel ans Handy an. Ja. Mit Spidatholz und Hufi. Hufi, mich ja schmecken lässt. Mhm. Guten Morgen. Total extravagant. Holt immer eine andere. Die blickt jetzt aus heute. Ich trete mein Handy ab morgen von der Arbeit zurück. Ich hab' ja eigentlich erst die mit Champignons in der Hand. Aber auf die erst immer zu viel Öl, hab' ich mir grade gedacht. Jetzt hab' ich so'n blöden Bauch, weil ich immer die Ölige Pizzapressig ist, wie hier Öl drauf. Oh, das war aber schön bunt. Das haben wir auch schon dreimal gesehen. Äh, wie soll ich das fünfte Mal, äh. Ist euch das aufgefallen? Was fotografiert wurde, ist das da mittlerweile. Ja, wir sind jetzt schon April. Ist jetzt April? Ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja, so sind sie draufgekommen, dass du beim Fotografier nochmal Licht anmachen könnt. Das macht es sie. Das wäre ja so einfach so. Oh, 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 oh. Wie das? Eine Idee. Ah, nein. Da nimmt ein Beggy nicht ab. Mk, jetzt sind wir wieder bei Mk1. Schade, wir waren schon bei Mk3. Ach, jetzt ist Mk, also ich baue erst Mk2, dann schmeiß ich es weg und baue ich Mk2. Und weil das so scheiße ist, schmeiß ich es auch weg und dann baue ich das Ding. Machst du dann vier Bindungen mit dritter Wicklung. Ja. Die vier Wicklung, die schließt immer gleich bis da. Und damit auch jeder Back-Ams immer zuverlässig überall hängen bleibt. Und damit auch jeder hinterher. Aber jetzt gibt es... Dritter Wicklung, halbierig. Ich habe das nicht nur in meiner Zeit. Neue. Die sich in meiner Zeit und in meiner Zeit ist das schlicht. Was ist denn so gut? Die sind ganz gut. Also, was sie will jetzt mit derkung? Ich bin zuerst unter einem Kopfんだ. Und das rauskommt, ich bin zuerst. Da ist ein Reihenschwingglas aus L2 und dem Kondensator, der auf Emitter geht. Ja. Warum sollte das selbst resonieren, wenn dein Widerstand mit drin ist? 10 Kilo am Poti? Nee, die nutzen hier. Da ist ein 100 Ohm in Reihe, warum? Wenn du das einfach so anglimmst, hast du ja nur einen Dezipuls. Ach so, du brauchst die Phasendrehung, damit es anfängt zu resonieren. Genau, dann schwingt es. Wieso ist da 100 Ohm in Reihe? Ja, damit es nicht so gut ist. Ich hab eben übrigens Scheiße erzählt, das war nicht so, da ist eben der Gemeindbild, sondern das war ein Reihenschwingglas. Reihenschwingglas. Eigentlich Kipsch. Eigentlich Dings. Das war einfach nur Kippstufe, Digga. Warum gehst du von vorne nach hinten? Ist doch insbesondere von hinten nach vorne, oder? Weißt du was? Mach du doch einfach einen Youtube-Kanal auf. Hol dir das jetzt Schneidsoftware alles. Setz dich hier sechs Stunden hin und dann machst du es besser, Digga. Ganz einfach. Kannst du das dann so machen, wie du das möchtest? Ja, das war jetzt eine spontane Idee. Tja, spontane Ideen haben zum anderen Weltkriegen geführt. Das sollten wir in Zukunft lassen. Ähm, das war nicht zu bezweifeln. Also du meinst, dass Nachdenken und schlaues, rationales Handeln dazu geführt hat, dass die Menschheit entschieden hat, lass mal Europa platt machen. Ähm, na ja. 150 Jahre Vorbereitung, sag ich mal. Ich glaube, die Geschichte vom Coca-Cola-Mann ist auch 150 Jahre Vorbereitung worden. Oh nein, guck mal an mich. Jetzt kommen die Magneten ins Spiel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das sind aber jetzt nicht. Das ist aber nicht am 4. April. Ne, 11. Ich dachte schon, Digga. Das hätte ja jetzt gepasst. Äh, 1. April. Das wäre hart gewesen, Digga. Ich bin mal gespannt, ob es am 18. April hier irgendwas mit Hitler haben. Das ist am 20. Paddy hat am 20. Oh, die ersten Formeln. Nach 324 Seiten haben wir jetzt hier mal so die ersten. Ja, wie man in der Parallelschaltung den Gesamtwiderstand ausrechnet von Widerständen. 1DG R2 plus 1DG R2. Ja, ja. Ja, wenn man 300 Seiten lesen, ne. Ist das ja wichtig, dass man das mal erklärt kriegt. 5. Klasse. 1. Jahr Physik. Elektrotechnik wird die Formel erklärt in der Schule. Gesamtwiderstand bei Parallelschaltung berechnet. Damit? Okay, wenn wir mal nehmen. Was weißt du so genau auswendig? Kann ich mal einmal aufklären, wie das war? Parallelschalten, ja, halbieren oder wie oder was? Ne, das war 8. So, stimmt, jetzt hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht, jetzt wird es auch. Lippi, woher weißt du denn das? Hast du das im OverUnity Forum gelesen? Ja, das hab ich ausgerechnet. Ich war gestern beim Axel und wir haben da kurz drüber gerechnet. Was ist der? Putz die Ellen drangehalten und hab dich jetzt, was das nachtig ist. Der Wichser, der ist ein Wikipedier drin, weißt du? Das ist der Fräsch, ey. Der hält ja auch Vorlesungen, die er sich gut bezahlen lässt. Klar steht der in Wikipedier. Guck mal, Mensch, hast du den Schaltplan? Spiegel verkehrt, mit dieser Ehenwindung hier. Das ist wieder was Neues ist. Digga, jetzt mal ohne Scheiß. Die Leute fallen auf einen gespiegelten Schaltplan rein. Ich wusste, es ist ja 50 mal gezeigt. Ja, das ist nach wie vor in Deutschland bringt ja Jenna Vogel Idee. Das ist ja wieder MK irgendwas. Erst bauen wir MK1, dann 2 und dann schmeißen wir alles weg und bauen dann nochmal MK1. Guck hier. Dann lösen wir noch die Diode rein. MK1. Jetzt ist Stufe 2, jetzt haben sie noch ein Draht. Ah, das muss ich jetzt mal einwerfen. Warte mal. Da sind wir jetzt bei 3 Stunden 6. Normal müsstest du so einen Kommentar machen. 3 Stunden 6, weißt du? Und dann hinschreiben, du dumme Sau, das sind 2 Schalten. Weißt du? War ja irgend so ein dummes Dreckschwar. Die haben das da hier gezeigt. Ey, du bist so dumm. Du begreifst alles gar nicht. Kommst du mit zum Singen und Klatschen? Wir lernen heute unseren Namen zu kaufen. Oh, na gut. Da wäre ich tatsächlich. Da könnte ich sogar mitmachen. Guck mal Micha. Wenn du Plus und Minus drehst, ne? Hat deine Batterie dann Minus 1,5 Volt? Ne, das eine ist PNP, das andere ist NPN. Das ist auch rot und schwarz. Schon mal auf dem Transistor. Ich weiß. Das ist aber rot und schwarz. Guck mal hier hin. Das ist jetzt negative Energie am Eingang und das ist positiv. Am Plus Polen schwarz ist Minus 1,5 Volt. Und am Plus Polen rot ist Minus 1,5 Volt. Na, das macht klar. Wenn du die Batterie umdrehst, dann kippen die schmalt um. Oder ist Plus Minus. So logisch. Da fallen auch die ganzen Elektronen raus, wenn du die Batterie umdrehst. Oh, das ist ne. Ja, na klar. Da rutschen die rüber. Dann rutscht der aus, wenn du aufs Klo willst. Weil alles bei Elektronen liegt, die aus der Batterie gefallen sind. Dann hast du auch den Sack mit Spannungsabteil eingestehen. Da muss ja auch nicht. Dann fällst du noch drüber und brichst dir die Haxus. Das geht auch nicht. Dann trittst du wieder deine Gebeine durch den Flur. Da sagen sie doch alle gefährliche Zeitküssen, ne? Ja. So wie du. Dann hat Spannungsabteil gestolpert, hingefallen und sich den Kopf am 10 Uhr Widerstand gestoßen. Das ist Pirat. 500 Posts. 500 Posts. 500 Posts, das ist eine Autorität. Was ich vorhin gesagt habe, die mehr Posts verrast, desto geiler bist du. Wenn du mal Punkt sehen bist, kriegst du das auch, oder? Ja. Also theoretisch, ich weiß ja nicht, was ihr sagt, Jungs. Ich denke, bis zu dem Punkt hier, ich habe jetzt ein bisschen genau geguckt und so. Ich kann doch jetzt einfach schneller durchscrollen und mir nur noch die Schallpläne, oder? Ja. Das kann den Dünnschiss hier. Wenn kein Schallplan ist, haben sie Pech gehabt. Das ist ein Scheiß, wie der hier. Was schon mehr als genug guten Willen bewiesen. Ja, weil selbst das durchscrollen, da wird dann noch mal eine Stunde locker. Das würde gar nicht reichen. Eben Ausgang. Jetzt mit der Pfeiltasse von der Pfeiltasse gleich schneller mitscrollen. Hast du das probiert? Also nicht gerne, wenn ich am Rad drehen muss? Ja, das geht. Stimmt. Das ist grundsätzlich, wie der Finger abfällt. Wenn nicht, dass du morgen so Seenseitsentzündung hast. Warte mal, gehen wir nochmal hoch zu der Schaltung. War das Abnahme gegen Plus? Das ist doch Collector Plus, oder nicht? Da hängt die LED mal... Naja, aber nicht gegen Minus, Trigger nicht abgenommen. Einen Ausgang, ändert jetzt auch nicht. Aber immerhin schon mal... Immerhin schon mal, da stimmt, da hast recht. Das können wir ja mal. Immerhin schon mal LED gegen Plus. Wir wollen ja nicht nur hetzen. Obwohl da kein Plus und Minus im Schatten eingezeichnet ist. Da ist ein Conti. Plus Eingang nach 300 Seiten, da. Und dann nicht mal Plus und Minus, damit es noch schwerer ist. Ja, jetzt ist ein Conti eingezeichnet. Eine Quellnöse Zeichnung. Oder war das mal? Eine Quellnöse Zeichnung. Ich werde dann am Ende nochmal viel genauer gucken, aber... Das ist doch ja immer wieder die selbe Gebetsmühlenartig. Ach, jetzt ist es der High Voltage Output, das ist schon der dritte Name für die Schaltung. Ja, das ist nicht für die Picklung, weil das Übersetzungsverhältnis 10 zu 1 ist. Über 50 Tons. Achso. Achso, nach der Entdeckung der Induktion sind dann auch die Verhältnismäßigkeiten langsam bekannt geworden. Ja, genau. 1 turn pick-up-grölt. 1, 6 turn pick-up-grölt. 1, 6 turnips загибelt. 1, 6 turnips sind da. von einer runden erde, von keiner widersprochen, erstaunlich. Das ist schon Happy Earth Day. Tesla Thief, oh das heißt Tesla Thief, Alter. Ah, Old Fashion Jewel. Sehst du nicht Old Fashion Jewel Thief? Das ist der alte Style Jewel, ist das. Ja, der heißt Tesla Thief. Aber wenn du jetzt tatsächlich das pulst, kannst du hier Betelhalbein rausziehen. Theoretisch, wenn ich nicht falsch liege. Also das ist gar nicht mal so verkehrt, Digga. Das hat mir auch gerade einen kleinen Anreiz gegeben, dass man dafür auszuprobieren, das habe ich nicht davon gemacht. Oh, Ansatz. Ja, im Grunde genommen, wenn man mal ehrlich ist. Also beim Jewel Thief habe ich bis da, wisst du mir, da hatte ich ja auch bloß immer Nachgebot. wieder die Schalte. Da sieht ja auch nichts dagegen. Ja, wieder exakt das gleiche, ja. Seidenweise. Das hatten wir auch schon mal, ja. Ach, jetzt haben sie, guck mal, das ist nicht eine Wicklung. Das sind zwei, Micha. Haben sie zwei Wicklungen, aber die Mittelansatz haben wir zusammen gemacht. Ne, es sind zwei. Ne, die eine ist so und die andere ist so. Das geht nicht, wenn der eine mit 140 macht. Ne, das steht ja nicht da. Links, rechts rum ist doch egal, Johannes. Ja, das stimmt. Später keine Rolle. Da ist es, Später. Es ist ein bisschen unscharf, deswegen hat die ja vorhin gedacht, wenn man mehr angeben kann. Ne, das ist... Das ist ziemlich einfach, könnt ihr euch mal merken, wenn es euch auffällt. Alle Schaltungen, die ihr seht, die einen Drago oder sonstigen besitzen und kein... Also Anfang, Ende muss natürlich angegeben sein, ist klar. Wenn dann nicht die Wickelrichtung angegeben ist, kann es das ausmachen. Ja. Ja, das... Ich hab was für Soundboard gemacht. Zehn Unwiderstände. Jede Schaltung muss ein Zehn Unwiderstand. Puh. Habe schon. Ja, ich hab's noch nicht in Soundboard. Ich müsste den Soundboard machen. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Wieso kannst du das nicht? Du musst mir erst mal einen löschen. Du musst mir erst mal einen löschen. Und dafür hab ich keine Rechte. Ja, oder? Pompol ist voll, ja. Dann musst du raus, wenn der Pompol voll fällt. Ja, ich finde, es ist komisch wie Gay, da ist schon was da drin ist. Das benutzt eh keiner. Ja, eben. Nur das von mir mit dem Lacken, das kannst du auch rausnehmen, da ist auch noch ein Platz. Jetzt muss ich erst mal suchen, wo ich das Soundboard finde. Wieder... War da vorgestern mal drinne, aber früher bin ich erst immer dahin gekommen. Renni Rorato, guck mal. Ich hab schon wieder vergessen, wo das drin ist. Unter Server-Einstellungen und dann... Ah ja, Server-Einstellungen, warte. Wo sind die? Oben unter... ...basteln. Da wo ich verbasteln, steht einfach anklicken. Ja, da war es genau. Silber-Einstellungen und dann Soundboard. Danke. Lack, du kannst auch rauslassen. Lass mal drinne, für alle Fälle. Also Lack nehmen wir raus. Dann nehmen wir Gay raus. Warte mal drinne, das ist Warte mal drinne. Warte mal drinne, das ist Warte mal drinne. Ich kann es auch rausnehmen, das ist Warte mal drinne. Okay. Noch irgendwas? Das ist Warte mal drinne. Ja. Ja, komm weg. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder... ...Hauptplätze frei. Was wollt ihr jetzt reingesetzt haben? Äh, so... Ich mach grad selbst schon eins weg. Ja, jetzt ist der Grund. Ja, das ist der Grund. Wir gehen gleich den Mai. Ich frage was soll ich für ein Emoji nehmen für den Sound? In jeder Schaltung muss 1,10 Ohm Widerstand. Elektronik als Maul jetzt hier. Jetzt kommst du wieder in den Keller Junge. Lassen wir den nicht mehr rein Junge. Was denn da ist schon wieder hier reingeschlichen? Jede Schaltung wird 1,10 Ohm Widerstand. Mindestens. Ich fall vom Glauben aus. Das ist aber, warte mal das muss man aber jetzt sagen, das ist Fade. Johannes ist das nicht echt. Ist gesprochen von der KI. Das hat er nicht gesagt. Ist egal. Na gut, er sagt es nicht, macht es aber. Ist auch nicht besser. Ich hätte nur noch hinzufügen vom Glauben, dass ich sowieso schon abgefallen habe. Aber daher geht es ja. Hört sich schon verdammt echt an. Kannst du echt so fiese Einspieler machen, wisst du? Können wir uns so einen Spaß machen, als wenn Elektronik immer mal hier reinkommt und uns versucht zu ärgern, wisst du? So, ja seien alle doof. Hier ist hier ne neue Reihenfolge. Hier ist ein KI-Boot. Schwani M, das ist wahrscheinlich Marcel Schwanglutzke. Da hat er was geschrieben. Der geheimnisvolle Marcel aus dem Peckel Video. Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Ich bin ja nach wie vor noch dafür, dass wir Elektronik mal irgendwo zu einer Konferenz hier einladen. Aber nicht in Pittsburgh, sondern vielleicht irgendwo in irgendein anderes Portal. Mal zur Rede stehen. Wo du uns wirklich so sehr hast. Mal hatte ich mich schon schwer, das kommt wieder ein halbes Schauspiel. Aber es ist immer nur dasselbe trägt. Ey, wir waren doch bei der Hälfte. Du bist bei etwas über einem Viertel, Junge. Wie ich sehe. Bist du schon bei 300 mittlerweile? Ja, 372. Es geht doch nicht kommen. Es geht doch auf der Hälfte zu. Nee. Die Hälfte von 1100 sind 450. Du hast ein Drittel jetzt ja. Du hast ein Drittel gerade mal. Du hast ein Viertel durch und bewegst dich auf ein Drittel zu. Ja, ja. Es streut noch Salz in die Wunde. Ne, 450 ist doch... Ne, 550. Das wäre die Hälfte. Ja, das wäre die Hälfte. Neon lights with one wire Mischer gemacht. Touch hier. One wire, aber hier anfassen. Also mit dem Körper die Verbindung zur Erde herstellen. Ei, ei, ei. Wenn das richtig ausgedacht hat, aber ohne Touch. Aber er hat Touch hier hingeschrieben. Die Masler das nicht hingeschrieben. Ja, trotzdem über der Erde. Genau so wie hier. Hier geht es über der Erde. Ja, ja, Luft. Das labere ich. Wir haben 300 Kilo oben Hautwiderstand und Körperkondensatoren nach Erde. Dann geht es. Ja gut, in dem Fall war es ins Luft. Ja gut, dann ist der Widerstand höher und die Kapazität kleiner. Ja, noch beschissender. Wozu man auch ein Gretel dran macht. Man kann es ja auch anfassen, dass es leuchtet. Dann ist es viel geheimnisvoller. Dann ist man ja ein Elektrischen. So schön. Dann ziehst du doch ein Karnickel aus dem Hut und schreibst auf Unity for All. Juhu. Juhu. Nukula. Das Wort heißt Nukula. 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 Jetzt ist es wieder näher geworden sein. Ah ja. Wo sind wir denn überhaupt? Sind wir dabei? Nein. Ich bin dabei. Was? Das war jetzt ja gut Mülls true oder Topx trot. Wer ist denn hier Topx drot? Wer ist denn das überhaupt? Woher ist es schon geworden? Bei bleibst du dich eigentlich nur unten. Warum machst du eine 번째 Kay回, ich weiß. Du bist eine feife. Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Ich hab mich nur gewundert, die Tage sind ein paar Leute reingekommen. Also, Snake hab ich eingeladen, der kommt bei mir aus der Gegend. Wobei er bei Armstatt da entgegen ist. Den Rest kenn ich aber nicht. Da sind noch eidliche dazu gekommen, ich weiß nicht, ob die herkommen. Das ist so schlimm jetzt. Und nicht gleich die nächsten 3 Tage wieder einmal. Nein, den hab ich aber schon ne Weile. Ich war schon ne Weile nicht mehr da. Hannes, dann machst du mal rechtsklick auf dein Profilbüch hier. Dann machst du Profilanzeigen. Und dann kannst du im Profil die Nachrichten anzeigen. Dann kannst du eine Notiz anlegen. Dann schreibst du dann Lorenz rein. Wie es auch gemacht hat. Wenn du einen färfen Platz hängst. Ne, ne ne. Falsche Funktion. Falsche Funktion. Ja ne, hab schon gedreht. Es gibt die Fraktions un-cleared, glüss-repeat. Ich habe auch 77 mal gesehen. So, wenn es dir die Fraktions un-cleared, glüss-repeat. Das ist ja ein Mensch, der Lügen. Aber du musst ja unbedingt durchlesen, weil auf Wikipedia steht... Oh ja, 100% steht das da drin, alle wussten es. Tick, ja. Tick, ja, mit Bravo. Bravo, wirklich. Da hat sich ja fast chinesisch angehört. Zick Jahre? Zick Jahre? Ach so, wenn ich dann zu dir sage, zick Jahre, ein Chinese, dann heißt das zick Jahre. Zick Jahre? Zick Jahre? Ja, vielleicht auch zick Jahre mehr. Weil dann gehst du nach China und probierst es wirklich aus. Zick Jahre? Und der auch dann, woher kennst du chinesisch? So, krass. Wie ist denn der Chinese? Wir haben einen perfekten Deutschland. Woher kennst du denn die Dramo-Wickel, Junge? Das ist karein. Ich wollte gerade sagen, der Antwort ist ja noch nicht perfekt. Perfekten Deutsch, Digga. Ja, mein. Oh scheiße. Ey, guck mal! Vier Hummer! Haben wir gleich. Da ist ja mal ein Messgerät. Blau ist. Äh, nee. Brun. Äh, rot. Nee, ich hab's in Gelb. Scheiße. Na dann geht's nicht. Ach ne. Stimmt. Das geht nur mit Rotem. Das geht nur mit Rotem. Also wenn man wissen will, wie man LEDs in Reihe schaltet, ist das schon gut hier. Ja, und parallel können sie auch sehr gut. Ja, hier guck, haben wir auch schön. Ist immer auch schön. Schöne Parallelschaltung gefällt mir. Ach, da kannst du nicht mehr. Schön gezeichnet mit Bildchen. Ich glaub ich mach mal so ein Ding hier mit meinen LEDs auf dem Trigger. Fickt! Und zwischen Collector und Minus dich. Ja, da kann ich immer so anklären. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Hat ja damals mal so ein LED Herz gehabt. Fick dich! 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 Ginesisch. Ja deswegen ja, Minowuki. Minowuki. Minowuki Zikjong. Zikjong. Auf Deutsch, ich funktioniere nicht. Wegen den Zikjong. Siehst du, hast du das. Zikjong. Minowuki im Zikjong. Sag mal jetzt. All den haben wir auch schon. Minowuki im Zikjong. Das ist interessant, Michael. Die kriegen immer anderen Namen. So alle paar Wochen kriegt die Schaltung einen anderen Namen. Gadgetmall. Gadgetmall. Gadgetmall sag ich das jetzt. Und nicht gespiegelt. Achso, jetzt kommt dann wieder Gadgetmall gespiegelt. Dieser Gadgetmall, das ist einer von den Usern da in dem Forum. Hat einer nach sich benannt, weil er nun sagte, das ist meins. Korrektet? Also beim Abschreiben ist ihm leider ein kleiner Fehler unerloben. Das musste jetzt korrigiert werden. Aber er hat es auch erfunden, ne. Abgeschrieben und geändert, ja. Na, dieses. Da hast du doch wieder die Guru-Scheiße, weißt du. Du findest was, veränderst das, gibst den Leuten und die bauen es nach. Klappt nicht und sagst, ja, denk auch nicht, bist einfach zu dumm. Am Ende, ich würde mich nicht wundern, wenn dann am Ende auf der letzten Seite die Schaltung kommt und ein Copyright zeichnet. Oh, gibt es sowas Neues? Norden Amp. Norden Amp. Experimental, das heißt, funktioniert nicht. 50 Ampere. Nein. Amp ist Ampifier, oder? Nein, das war ein Spaß gerade. Was ist denn das hier? Luft oder was? Was? Der Anschluss. Der wusste ich nicht, der hat er unten. Der wusste nicht, wie ein Ausgang zeichnet. Ach, nee. Luft. Na, hier ist ein Mietus. Hä? Ja, genau der. Das war das Beste, was wir machen können. Ja. Ach, das ist jetzt der... Jetzt ist dann der Rische. Das ist nicht mehr korrekt. Jetzt ist es nicht mehr der Korrektur. LED in Reihe. Geht nur mit Gummihandschuhe. Geht nur mit denen. Ja, geht nur mit Ziltouch. Die sind ja auch hygienisch plus. Das sind Gummihandschuhe. Und ich hab gedacht, dass der Taschenpuff war, guck. Ich dachte erst, Digga, ich dachte erst, dass es wieder so Apfelslinge oder so. Weißt du, irgendwas zum Naschenschwimmer. Ich krieg langsam Hunger, Digga. Oh, jetzt ist wieder korrektet. Ja, aber der war gut. Hey, Digga, aber da, da können wir so richtig schönes Format machen, ne? Guckst du sich die Schmurbelseiten an mit 10 Leuten im Discord und alle machen sich schön hier mit sich ein Audio, Digga, oder? Ja, das ist richtig, dass die Pläne wird. Das ist geil, Alter. Boah, ey, auch mal bei der Elm, da. Machen sie Fotos von ihren Lampen. Lampenbilder? Ja, die... Aber jetzt, guck mal, grad war's ja das andere. Das selbe Dreck, Digga. Ich hab das gerade mal wieder nie gemerkt. Ja, weil, guck mal, Micha. Erst war's hier Zahn geklemmt, ne? Ja. Dann hat er einen neuen gebaut, hat aber die Spule andersrum gewickelt. Und dann musst du's so machen. Dann hat er's in Reihe geklemmt. Und die raffen das nicht. Ich hab's ja in meinem Magnet-Ding, ich hab's ja erklärt. Das rafft halt niemand, da. Kaskaden over Unity, ähm... Wann war das? 1700? Ganz neu. Ganz neu. Ja, Ende 17, das glaub ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Hab's doch die ohne schon. Ich hab da gestern, oh, wie haben die, ne, da haben die das mit Spulen und Kontis gemacht. Dinger. Weil mit Widerständen gibt's ja Kaskaden auch. Nee, Dioden gab's, glaub ich, doch mal, auch nicht. Also entweder mit Widerständen und Kontis oder Spule-Kondis. Ja. Hab's gestern erst gesehen, den Scheiß. Mit Spule-Kondi. Ach, jetzt ist es der B2-5C-28 0P-Coil, nee, und so geht. Das ist exakt. Bei der Diode gab's 1904, aber es war eine Bakuumröhre. Aber jetzt muss man die Neonröhre auch nicht mehr anpacken. Nee. Jetzt geht No-Connection. Nee. Das ist ohne Touch hier. Das ist ja aber nicht. Aber jetzt ist Windungsverhältnis nicht trocken, dass das auch ohne geht. Ach nee, guck mal hin aufs Bild, Handschuhe, das ist ein No-Connection, ich seh's. Das ist das nicht vorhandene Kabel hier. Ja, ja. Hätte doch mal eine Antenne hinmachen sollen. Ich bin der Kabel dran gemacht, das wäre für mich nicht krank. No-Connection, aber 30cm Antenne, alles klar. Richtig. Ach, da ist No-Connection. No-Connection heißt die Projektantenne dran. Ich bin heute vorhin mit rotuern, nee. Ach, jetzt ist es doch. Wie nahe haben wir die für die Schaltung, das ist ja Wahnsinn. Ja, jeder, der was dazu malt oder schon mal gesehen hat, schreibt's ab, macht ein Stich anders und dann ist es seins. Das war aber gerade die, wo am besten geht. Ohne Idee, ganz schön. NC ist 20 Watt, das ist wieder Neunahme. Ja, sehr gut. Also hätte ich, da habe ich das falsch gemacht, Jungs. Da hätte ich machen müssen, es Trigger-Jule-Deaf, es Basis-Collector-Jule-Deaf, es Emitter-Collector-Jule-Deaf, es Collector-Plus-Jule-Deaf. Das wäre also einfacher und verständlicher nachvollziehbar für die Spasten. Oh, schau mal, jetzt ist die obere Spule nicht mehr 120, sondern 280 Windungen. Und dann wieder eingeschaltet und jetzt geht sogar eine Fluorescent-Tube daran. Und wieder neue Name. Nicht mehr eine Neon-Limlam. Aber gerade hat man noch Quantsch-Watt, ne? Die haben da einen großen Fehler gemacht, die haben da keinen CDU-Widerstand drin. Das ist richtig. Anfänger. Hast du vollkommen recht. Aber fällt noch was auf, was nicht passt. Was denn? Oder 83 mA da, die kannst du in den Skat drücken. Das funktioniert nicht der Ober-Ferre. Zumindest nicht in der Schaltungsanordnung mit den zwei Windungen und da hier. 20 Ohm-Vorwiderstand? Ne, da habe ich auch nicht. Vor allem zwei Windungen, Decker. Ja, gut. Das ist ja direkter Kurzschluss auf den Eingang, Decker. Aber zieht nur... Das überfährt die Basis ja auch überhaupt nicht. Ne, gar nicht. Und das geile ist, dass Blitz, was drüber war, vorher nicht mal hell. Ja, Mann. Die haben so ein rundes Ampere-Meter genommen. Das hat sich einmal rumgedreht. Zweimal rumgedreht. Das liegt am perfekten Arbeitspunkt, dass die nähere Röhre nicht so hell war, weil der Arbeitspunkt perfekt eingeregelt ist. Jetzt schade, dass keiner noch eine Temperatur von Transistik anstellt hat, weil es waren 30,55 oder das Ding muss gekocht haben. Ne, das waren nur 1,5 Volt Eingang. Okay, dann kocht es nicht. 49,08 Eingang. Den hatten wir schon mal, den Schaltner. Ich glaube, die haben vergessen, dass das, äh, die Spannung zu ändern ist. Ja, jetzt ist das Ding mit dieser Bezeichnung wieder. So, jetzt haben sie die nähere Röhre mal angeschlossen. Jetzt zieht es auch 20 Watt sauber. Ja, jetzt ist es nur B, aber nur 8 Schmilli Ampere am Eingang, ne? Dann hast du dann hier Oma Unity hinten rausmischen. 500 Ohm Vorwiderstand. Wichtig ist, wenn ihr das aufmalt, also wenn ihr nur hinschreibt Florester und so, dann geht das ja nicht. Du musst die Zahl, weißt du, und dann ist Oma... Daher Ampere Transistor, Tipp 31. Ach, der hat da wieder... Haben wir auch schon 77 mal gesehen. Also 50 Mal glücklich ist jetzt langsam schön, ne? Echt nicht. Nein, ich bin in der Zeit, wo ich da bin, muss ich schon 50 Mal. Ich mache YouTube, haben sie gesagt, das macht Spaß. Also ich bin seit 130 dabei jetzt. Ich seit eh nicht lesen, also so... so, 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 so. Na ja, das wird, da brauchst du so zwei Jahre mehr in den Müll zu lesen. Zieg Jahre. Zieg Jahre. Zieg Jahre. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Hallo. Solartelle mit blauer Schrumpfschlauch. Wo sind wir denn überhaupt? Immer noch 2009, der. Und immer noch im Mai. Immer waren sie hier wieder ein bissel aktiver. 2,4 Sekunden. Transistor turns off. Transistor turns und delayed. 3 Voltage builds up zu 0,5 Volt. Transistor schiebt Velo, wenn sie ausziehen. Transistor turns und delayed by base cap. Transistor turns on, but it's not on for as long. Ja, das ist einfach. Welche geistigen Dings hat so eine bünnen Bildchen und Farben? Lass die Bilder erst. Das ist sehr anstrengend hier zuzugucken. Und ich scroll nicht mal selber, trotzdem strengt es mich an. Das ist so nervig. Oh mein Gott. Ich glaube ich nenne das Video dann. Ich habe 4... Alter, ich bin jetzt bei 4 Stunden. Scroll ich jetzt hier. Ist das nebenbei auch oder was? Ja. Scheiße du auch. Echt? Echt du zählst auf? Alles? Nein. Also nur Audio und diesen Monitor hier. Ja. Verdammt. Also wenn ihr noch jemanden beschimpfen wollt oder euch über irgendjemanden lustig machen wollt, macht es jetzt. Weil wir sind 4 Stunden im Video. Dann guckt die Schenkinder an. Hahahaha. Viel Spaß beim zusammenschneiden. Da schneide ich noch zusammen. Irre. Was soll ich denn zusammenschneiden? Da muss ich mir das ja 4 Stunden nochmal angucken oder was? Ja mindestens. Ja ne. Wenn du es zusammengeschnitten hast nochmal 2 Stunden zur Kontrolle nochmal laufen lassen. Naja und dann rendern. Und dann rendern ja. Dann stülst du bei 98% ab. Ich weiß nicht. Apropos. Jetzt war ich ja bei 4 Stunden noch. Und im einen Monat das Video holt an. Wie du willst du da eh was zu essen? Aber wie macht das mal? Dass du da noch verflucht bist. Was wird schon noch so vorm Essen auf der 5 Uhr? Oder Self Charger? Ich war inzwischen im Keller. Hab ne Pizza geholt. Hab die heiß gemacht. Und hab sie aufgefressen. Hahahaha. Das ist gröbel. Ey geil guck mal Jungs. Das ist ja Over Unity Schaltung. Und wenn du meine LED reinmachst. Dann ist es noch mehr Over Unity. Jetzt fielst du das Ding an dir oder steckst du nur zweimal gegen Erde aus? Ja minus Erde. Was ist denn mehr als Over Unity? Ist das dann Ober-Over-Unity? Doppelte Over Unity. Das ist dann auch Over Unity. Absolut. Absolut. Der absolute. Das ist sakrale Over Unity. Sakrale Over Unity. Sakrale Over Unity. Die Öle. So. O-U-Device. Endlich. Die erhabene Over Unity. Könnte aber auch ne. Die Elektronik kannst du hier noch. Also du musst ne durch den 10 Uhr wieder schon einlöten erstmal. Ist klar. Aber kannst du hier noch ne Diode anklemmen. Na ja. Da kommt noch kleiner Schmack hoch der. Ja. Und schön malen und das so irgendwie anordnen. Ja geil. Und der Winkel auflässe. Der Winkel auflässe. Ja. Der Winkel auflässe. Ladegelieb was ich selber laden kann. Warte mal. Plus Kollektor auf Diode. Und dann auf Plus. Und der Minus ist der Plus vom Eingang. Also irgendwo hab ich das schon mal gesehen. Ja ich auch. Ja. Ist ziemlich gekannt. Wie nennt man das denn? War das? War das der? Dieser John? Ach stimmt. Dieser Geist. Ja. Dieser verwirrte. John Bedini oder so. John Bedini hieß er. Genau. Dieser arme Irre. Der beim Militär. In der Entwicklung. Ja ja ja. Ist ja klar. Dann musst du ja ein armer Irre sein. Wenn du bei Militär in der Entwicklung bist. Ja. Das geht überhaupt nicht ohne. Ja. Bestimmt schon beim Einstellungstest. Wenn du da nicht hier ist. Wies ich nicht wieviel Prozent Heroin in Blut hast. Da wird nichts. Da bist du durchgefallen. Aber Unity. Außerdem Micha. Wenn ich das Video. Okay. Ich cutte das Video. Dann musst du aber Musik machen. Und nicht nur einfach 0815 reinrotzen. Nein. Nö. Das Motorbutton. Nicht dabei. Nö. Ich glaub da musst du dich da lecken wo der Arsch ist. Ich glaub da musst du dich da lecken wo der Arsch ist. Ich hab schon meiner. Nö. Ich hab schon meiner. Alles da. Immer noch drei. Wart ab Digga. Das wird das Video hier. Kann man eine Million aufbuchen. Wenn du die ganze Tonaufzeichnung von uns nicht aufhattst dann wird es auf jeden Fall eine Million aufbuchen. Das guckt sich ja keine Sachen an. Irgend ein paar Spasti ist hier drinnen rum. Scrollen. Du musst es eigentlich jedem der dir das verlinkt hat eine Arztrichtung schicken. Ja mein. Wer war denn das? Warte. Kado und der andere. Ich wisst jetzt nicht. Zwei oder drei Leute haben es mir geschickt. Wer war denn eine andere? Ich wisst jetzt nicht. Olaf fehlt. Der immer Ciao drunter schreibt wenn er fertig ist. Oder dieser Hans Wurst. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will ja auch keinen Falschverdächtigen. Oh was denn hier? 11. Mal History of O. 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 Horn-Code, was hatten wir gemacht? Bla 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 Skizzen. Hat der mal einen Kreis aufgeballt. Ja dann haben wir es ja. Halbkreisingenieur. Halbkreisingenieur? Oder? Das sah doch fast aus wie diese Elektrofoorantenne oder nicht? Ja dann vor allen Dingen auch die... Ja ja, genau das. Stimmt, ist doch nicht durchgängig verbunden. Der weiße Arz! Da ist der weiße Arz! Jetzt haben wir es! Hallo, du warst reiblich. Hätte ich ja wenigstens mal rasieren können. Der weiße Arz! Er hat Lippenherbe. Ich muss endlich hingucken, dass es Lippenherbe ist. Das ist ein bisschen rübergezogen. Ja dann ist es eben halb Gesichtsverfassung. Halb Gesichtsverfassung. So 5 Euro später haben sie dann den Frequenzbien gezogen. Ja wo... Was? Entwurf? Der hat das Ding... Gucken wir mal! Entwurf? Was? LOL! Das Ding haben wir doch schon öffnet. Ja mit Wasser ist es glaube ich. Der Klaus hat es entdeckt. Also hat sich das überlegt. Aha. Okay. Leonardo da Vinci. Jaa! Unser Messias! Was schien noch? Tesla, Naruto, Da Vinci. Jaa! Wer hat das Ding entdeckt? Ach nee! Das ist Papito in Motion. Hat da auch freie Energie gebaut. Oh das ist nie... Hei sin nie... Ähhh... Die Kühe hat es abgemalt. Was? Na rechts dann, wie die kreisen da... Materie ist so. Und Nature of the Magnet. 1500. Da war doch Österreich und die ganzen Wichser noch gar nicht geboren. Wie geht denn das schon wieder? Magic-Based Perpetual Motion Machine. Ne, vor allen Dingen. Gibt es natürlich keine. Aber das finde ich schon mal interessant, dass das der Typ ist, der dieses komische Wasserrad hier. Krass. Also hat es das doch nicht ganz so. Selbstblasende Windmühle. Ja, das sind alles diese geilen Konzepte, die sich aufgrund irgendeiner physikalischen Gegebenheit nicht durchgesetzt haben. Warum nur? In deiner perfekten Welt ohne Verluste wird es möglich. Aber es ist halt nicht so. Da habe ich den Teil verpasst, wo die Welt perfekt ist. Das war auch nicht der Einzel. Habe ich in der Schule gerade nicht aufgepasst, als perfekte Welt durchgenommen wurde. Das ist das erste von vielen englischen Perpetual Motion Machine Patent. zugesichert. 1903 wurden 600 Patente auf Perpetual-Motion-Machine-Setter nicht. Patentieren lassen kann es ja alles. Es muss nicht mal funktionieren. Wenn ihr was patentieren lässt, ist das nichts weiter als ein Nachweis, dass du zu dem und dem Zeitpunkt einen Zettel hattest, wo das draufsteht. Da muss ich noch ein Bewerber sein. Okay, also hier muss man sagen, das ist schon nicht uninteressant, nach der ganzen Geschwurbelmüll haben wir hier mal ein bisschen was. Ich glaube, wenn du dir in der Kopfzeile da den Link markierst, dann kommst du direkt zu der Seite wieder hin, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich riskiere es jetzt nicht. Wenn du dir die Seite als Favorit abspricht, kommst du genau wieder dahin, oder? Doch, es ist 6000, oder? Ah, geht. Das weiß ich nicht. Also das ist nicht ganz interessant. Also für jeden, wenn das interessiert, 443, beziehungsweise hier oben. Ah, hier! Hier hast du das mal. Das ist die echte Bivilare Spule. Was die anderen alle labern, das sind Parallelspulen. Das rafft halt auch niemanden. Das ist schon mal ganz gut. Das ist die echte Bivilare. Tesla! Ah, das Tesla habe ich jetzt gescheißt. Das spart mir mal komplett. Da klicke ich nicht mehr drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht 500 Euro geht schon erstmal was essen. Ich kann nicht charge an der Batterie. Warum denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt anstrengend, ne? Ja, ich habe auch ab Seite oder nach Seite 100. Wenn mir das nächste Mal jemand so, wenn es da drauf hinausläuft oder so, kann ich sagen, hey, pass auf, guck dir das Video an. Ich habe den Müll gemacht, was ihr erzählt. Das ist halb dünnschüß, weil ich keine Ahnung habe. Und der nächste, da sage ich dann einfach, ich brauche das eh nicht durchlesen. Auf den Mond geht es eh nicht. Und wenn es auf den Mond geht, geht es auf den Mars nicht. Und wenn es auf den Mond geht, geht es auf den Mars nicht. Man muss doch tagsüber hinfliegen. Nachdem fliegt es mehr aus. Guck mal, ja, ist das doch. Oh, guck mal, eine Mittelanzapfung. Und weiter. So wie es aussieht, weiter gewickelt. Sogar so eine Mitte angeschrieben. Okay, das hat zumindest mal schon mal einer gemacht. Also wenn da keiner, wenn hier nicht meins drin steht, dann ist es nicht. Dann wurde viel kopiert. Gab es deinen da schon? Nein. Nein, weil es doch alles ausgeforscht ist. Das kann, das muss es ja irgendwo schon gegeben haben. Es kann doch nicht sein, dass ich was gefunden habe. Das geht auch nicht. So. 2009, das war, bevor die Pisanitik-Kanal gemacht hat. Da hatte ich gerade mal meinen. Hier im 2009 April habe ich meinen Kanal gegründet. So. 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 Was? Drahtlose Energievertragung? Na gut, hier geht es jetzt nur, wenn die Zwiebeln ausgehen. Was? Also ich mache kein Vorgang auf der... Haben die Erdbeeren gebastelt? Kannst du einfach einen Stab und Harte plumpen? Einfach. Ne, da haben wir es da ungefähr. Ist ja die Wicklung von mir. Hat er schöner gezeigt als ich, muss ich zugeben. Ach, das ist es. Das nennen die Attraction and Repulsion Mode. Ne, es fehlt noch. Ne, es fehlt noch. Ich habe noch keine Zeichnungen hier, bis die Wickel sind. Ja, weil das geht noch. Kapier. Wie ich dir ja gesagt habe, wenn der Schaltplan wie hier, nicht mal Anfang, Ende. Warum denn? So nimmt das an. Das heißt, einfach irgendwie anbleiben, fertig. Da wirst du schon, sich ein Mist hier brauchst du gar nicht mehr angucken. Kannst du mir wieder scrollen? Das verspastelst du einfach. Bunte Bildchen, wo alle ein bisschen klatschen und meinen, sie haben irgendwas kapiert. Und wie ist ein Scheinsteig, du einfach? Null. Nichts, du einfach. Ja. Wird nur wie im Lehrbuch Stumpf, Minus, Plus und alle waren nicht egal. Nein, es ist aber nicht. Das ist gleich gewickelt und ungleich gewickelt. Richtig hingemalt ist es ja. Ja. Aber es fehlt die Angabe. Es fehlt halt die Beschriftung, dass es wichtig ist. Ja. Und der Wickel sind wir erst. Ja, das soll ja keiner kapieren. Was ist denn der Arsch dann noch verkauft? Ja. Wenn du es dann kapierst und endlich mal nach 30 Jahren oder in der Mittlerweite sind aber jetzt 40 Jahre, der das Schuldig gibt. Ja. Ja. Das hat sich geschmierig geführt, wenn du nicht mehr in der. Dürf ist ein Zettel richtig zu malen, ne. Bezweifelig ist ein Abteil, was geschissen gibt. Ja. Guck mal. Da hat Plus. Plus gegen Collector. Und hier hat er Inmitter gegen Collector. Ich kann schon keine Scheibe hier nicht mehr lesen. Okay. Das ist der Hammer dort mal. Eine Version von meinen Fünfen haben wir gefunden. 1, 2, 2, 3 abdrehen, what the fuck. Ne, das ist ja egal. Okay. Eine Version ist drin. Also das ist ja echt zwingend vonnöten, dass eben hier so ein Video mal gemacht wird, um das zu zeigen und dann... Danach kannst du das ganze Cap-Forum eigentlich löschen. Ja. Und auf einer Seite zusammenfassen. Und auf einer Seite zusammenfassen. Ja. Was haben wir denn hier? Plus. Genau. Das ist jetzt für Polisch, das ist andersrum. Genau, hier siehst du es. Das ist doch eigentlich auch schön hier von meinem Wickel. Hier siehst du es. Das ist mein Wicklungsvideo im Endeffekt. Der Typ heißt MK1, what the fuck? Die meinten damit gar nicht Version. Das war ein Typ, der das gepostet hat. Hä? Okay. Okay. Und er die... Ah. Oh, ich bin jetzt aber nicht bös. Ich kann mich nicht mehr wach halten. Ich muss mich hinlegen. Ja. Was da fühlt. Bis später. Auf geht. Vielen Dank. 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 So. Yeah. 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 He schemes. Ja, wahrscheinlich in einer anderen Seite. Ja, enthält sich die Zinspule, da hat noch keiner Buch. Ach so, ja und ich meine die anderen billigen Teile, die ich so gezündet habe. Die beiden Boschbügel, die sind alt. Vorbild zum Spulen, das sind Nachbauer. War eben auch dafür ausgelegt, für das was sie halt machen sollen. Also ich meinte die Nachbau-Unteile. Da werden die wahrscheinlich gespart haben. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, die eine, so die Pläne, die hat's auf jeden Fall weg. Hat keine richtige Nutz. Weil für meine Spielereien kann ich die nur nutzen, aber in der Opel treu ich die nicht mal. Ich habe die Energie vom Zündung, die aus der Plästien auszug zu sagen. Und stoppern die umher, die Doppel. Ich habe meine große auch, äh, so die Autos zu bringen. Da verstecke ich dann eine Katze, oder? Ich kann ja nicht unter euch erfordern, da brauche ich euch hier in die Tonie kommen können. Ja, was machst du jetzt bei dem Typ, Lester? Also geht jetzt alles? Das ist doch eh nicht. Der hat jetzt neue Zündspule drin, neue Kerze. Vor dem Stecker hat er nochmal draufgekriegt für alle Fälle. Höchstkabel. Elektronikbaustein unten hier von der Grundplatte ist neu. Neues Steuerteil drin. Also eigentlich, was die Zündung angeht, erstmal alles hatte ich nicht gehabt, aber schon ausgemacht. Aber es sollte noch einmal was mit der Zündung sein. Ich sage, da habe ich schnell zu kommen mit einem Elektronikstrottier. Dann kommt zu der Waffe. Ist gut. Da hat er zugestimmt. Ich habe gesagt, wenn noch einmal was mit der Zündung ist. Ich sage, dann leuchtet ihr Übergangswein. Dann leucht ihr einen Unterbrecher ein, dass du bauen kannst. Ich sage, aber dann bestell mit der Waffe und fertig. Hm. Dann hat's geschissen. An dem ganzen Moped ist nur noch der Rahmen ist noch alt. An der Rabe schon mal durchgetauscht. Und da muss ja auch mal gut sein. Und da muss ja auch mal gut sein. Wo ich mich angefangen habe mit dem Bandstirn. Also mit dem Wohnzimmer. Und mit meinen eigenen. Da habe ich drei Elektronikzimmer bekommen. Das Nummer war's der Geber. Und zum dritten Mal hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe Spaß gekauft. Ja. Ich stehe gerade fest. Den 3.0 Schellplan gibt es nicht mehr. Die brausern das Kugel oder was? Guck gerade. Bei Taktakur. Aha. Wenn die die nochmal brausern. Ich habe mal geplatte. Warte, die berichtigt. Ja. Das ist die Seite weg oder was? Das kam nur wieder zu. Oder nicht. Auf Reddit. Oder irgendein Scheiß. Früher mal. Reddit hat ja auch gerade ein Update gemacht. Dass die Unterseiten gelöscht haben. Nene. Das war von Dings. Was? Du warst den meinst du? Ja, aber den hatte... Den hatte... Wie hieß denn der? Der kommentiert auch manchmal bei mir. Ja. Ja, du könnt ja kommentieren sehr viele. In letzter Zeit. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir auch wieder helfst. Aber ich dachte, ich hab den Plan. Wie ist denn da? Dokumente? Also, um nochmal aufs Thema Zündspudio zurückzukommen. Ja. Ich hab so eine Kettensäge. Da ist keine Zündspule mehr drin. Die hat einfach normalen Magnet. Am... Dings hier. Am Abwehrvorrat, ja. Ja, ja. Ich hatte schon die Idee gehabt, mal einfach irgendwas... Einfach mal ne Spule selber zu wickeln. Und dann dann zu bauen. Ja. Ne. Musste nämlich ganz schön viel wickeln. Ja, ich hatte auch vor, ein bisschen länger zu wickeln. Ja, da musst du aber um sich wickeln. Am besten dann sie wenden. Und am besten vorgießen. Und klar. Und dann... Das ganze Durchschaft festzumachen. Du brauchst ja wenigstens 20 kV auf der Seite. Hm. Das ist bei mir schon ein kleiner Magnet. Also... Bisschen mehr Winkel noch. Brauchst du für deine Kettensäge oder Neue? Weil die gibt's doch günstig, oder? Ah, ne. Das ist so eine Schrott-Kettensäge. Ich weiß nicht mehr, ob die von Fission reicht. Ich hab die vom Schrott. Da hat schon einer zu tun, ich glaube. Ne, die hat er einfach am Fenster nicht da reingefissen. In einen Elektroschrott-Container. Da schmeiß ich auch noch meinen Benzie-Motor rein. Was auch immer richtig gut ist da drin, liegen immer Fritteuse mit altem Fett drin. Ja. Weil die Leute zu faul sind, das Fett daraus zu kratschen. Ja. Klingt auch oft, aber... Trotzdem kommen da gute Sachen los. Kann sein. Ich hab tatsächlich ne PS4 rausgeholt gehabt. Hast du bei Weiler bekommen? War nichts dran. Ich hab die eingesteckt, angeschaltet, hochgefahren, konnte zocken. Oh, das sah nicht schlecht. Ich hab die direkt auf Ebay gesetzt. 150 Euro. Jawohl. Was auch cool ist, ich war da mal... Ich bin einfach mal da vorbeigegangen. Und dann ist der von 50 Euro schnell um die Straße geflogen. Hast du das auch schnell mehr gemachtes Geld. Hast du das noch viel schneller gemacht? Muss man nur aufgeben. Ich hab dir vielleicht noch schön erzählt, was er rausgekriegt oder was er vertreten? Hallo. Heute ist Montag? Also soweit ja. Oh, ne. Ich spür. Ich spür das. Ich spür das. Ich spür das. Nee. Oh. In 333. Was ist denn vor? Was ist denn vor? Oh. Na ja, ist Meigo oder ich? Meigo? Jaaa... Also für mich sind die Ferien, glaub ich, klar. Ach so. Ah, erster Schultag ist sowieso kein Problem. Das war Pennig, Mann. Ja, ich fahre hier, das war immer eingewöhnt, dass Schule ist. Ach, Schule ist sowieso Dreck. Was, Gimmi oder was? Äh, ne, irgendeine Berufsschule. So. Also, Fortbildung aufs... Also, Vorbereitung auf Beruf, Arbeiten oder noch. Willst du das machen? Ich hab noch keine Ahnung. Das ist mein Problem, ich hab noch keine Ahnung. Ich hatte mal früher extremst viele Sachen, die ich machen wollte, aber... Dann wurden's immer mehr und dann auf einmal war's zu viel. Dann auf einmal war's keine. Ja, da findet sich schon was. Ja. Dann warst du jetzt im Berufsvorbereiten, oder was? Ja, 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 im Berufsvorbereiten. Ja, das ist so zweimal in der Woche. Ja, moin. Vielleicht hab ich Glück. Vielleicht ist, äh, Montag, also heute, ne? Muss man auch schon. Oder war das nächste Woche, Montag? Ja, ja. Was ist das mein, oder was? Hm? Ja, das wird so schweizig, oder? Ich hoff nicht, dass das heute, heute ist, sondern dass es erst nächste Woche ist. Also, gut, bis zum ersten Tag gleich komplett zerkratzt. Äh, letztes, letztes Jahr war schlimmer. Letztes Jahr war, äh, hatte ein Kumpel, äh, direkt, äh, einen Tag vor Schultergehen, äh, Geburtstagsfeier. Äh? Äh, Jo, ich bin stöckig, so, oder, äh, 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 aber, ich bin schrägig, so, ja, aber, es gibt mich heute überhaupt nicht. So in der Erde. Äh, he, 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 he. Jetzt hättest du bei Notwendig hin, ne? Ne, ne? Ich hab den Wurst danach gesucht. He, 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 he. Ich mein, das war der, das war der Geburtstag von dem. Das ging gar nicht anders. Das Jahr davor war, äh, noch, äh, zwei Tage, äh, Erholung. Äh, vorbei. Ja, ne, ich vergesse das mit dem Jahr davor, halt, da, äh, da war nichts. Das weiß ich doch gar nicht mehr als gut. Das weiß ich doch gar nicht mehr als gut. Falls die Frage aber an mich gerichtet war, wie, was der Rest die Kohlfügel da angeht. Oh, siehste, ich wollte fragen, wie sieht's aus? Eine Seite kommt nicht mehr, andere Seite kommt nicht mehr angefangen. Mhm. So bereiten sich gleich mal, äh, wo das letzte Stück ist, muss ich doch gar nicht. Ne, wettertechnisch, Digga, soll's nun wieder besser werden. Ja. Angespissen hab ich heute mal seit über drei Wochen abüropfen. Als, als gut, was überhaupt noch läuft. Irgend? Boah, auch gut. Notdings hab ich, äh, am Astas Batterieladegerät lang gehabt über Nacht. Was schon wieder komplett, ja. Ja, nicht komplett, aber... ...ZNV günstig, sagen wir's mal so. Na gut, das war ja nicht viel mit Sonnen, ne. Ja. Da bin ich immer nur scheiße. So geht's bis auf ein paar Tage. Ne, anspringst du nur noch. Ich hab, ich hab nur festgestellt, ich hab anscheinend... ...eine Ecke hab ich beim Ätschel in dem vor, äh, wo ich so ein Rohr angeschmeißt hab, hab ich übersehen. Genau unten mittig. Trotz, wird das Wasser raus. Nein. Jawohl, das ist eigentlich... ...das ist eigentlich gut. Da guckt's ja auch scheiße an. Da bläst du ein klein bisschen raus. Ne, da fahr ich was auch noch, das hört sich besser an. Ne, das... ...putz ich noch mal ein bisschen blank, da jag ich noch mal eine Naht rüber, dann ist gut. Das muss doch nur für den TÜV funktionieren. Danach liegt der Edgelight-Demper sowieso wieder raus, der Originale. Dann kommt wieder der Lautes rein. Absolut, ich denk, mit so einer Drillerweifel da oben herfahre. Obwohl's nicht mal schlecht ist. 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 Ich ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Zack. 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 So, es geht, Thomas. Hast du es gemacht? Ja. Gespräch beendet. Gespräch beendet. Oh, geil. Da gibt es nicht schmaler zu sagen. Dann geht es allen gut, oder wie? Ja, das scheint so. Na? Na. Wie das meinte ich mit der Schlagfertigkeit und so. Das ist krass im Moment. Das gefällt mir. Weiter, weiter machen. Ja, warte. Ich habe aber, ich habe aber letztens, oh, ich hätte... Da war ich auch ein bisschen down und... Keine Ahnung, da habe ich auch von der Muttel... Also eigentlich wollte ich nur eine Magnesium... Wie so eine Brause-Tablette, weißt du? Und hat sie aber nicht da gehabt. Dann hat sie irgendwie hier von Doppelherz irgendwelchen Scheiß Magnesium... Und auch mit B12 und B3 und was, die sie noch alles noch rein gerührt haben, ne? Und egal, ich habe das Ding gefressen. Also, so Brause-Tablette halt. Das merkst du, Alter. Ja. Das ist übel, Alter. Das ist übel, Alter. Ich habe das immer vom Training, weißt du? Wenn du eine Muskeln einseitige Scheiße machst, dann brauchst du ein Magnesium, sonst kriegst du Krämpfe. Ja. Ja. Oder wenn ich Verspannung habe oder so, dann nehme ich Magnesium und es war nicht da. Und dann habe ich das Zeug... Das ist übel, Alter. Was denkst du, wie gut ich Darts spiele, wenn ich mich vernünftig konzentrieren kann? Allein schon Mut dadurch, dass ich den Scheiß wieder im Körper aufgewöhnt habe. Na, guck mal, Digga. Ich habe mir jetzt... Ich habe jetzt schon 476 Seiten von dem Scheiß hier reingezogen und geht immer noch was. Das ist übel. Ja, aber das will nicht weiter weiter oder was? Ja, bin... Bin wieder dran. Naja, ich muss das... Dass ich das weg habe mit so einem Dreck. Na gut, wenn du durch bist, bist du ja durch, ne? Ach, du hast ja auch nur einmal den Scheiß. Oh, gleich bei 600. Oh, jetzt mal ohne Witz, ne? Ich hab mit dem Vorhin gefahren, ich sah mal an Thomas mal im Moment an. Ich hab so, ja, nö, das ist halt nicht so. Das ist auch wahr. Das ist ja bloß nicht auch arg, oder? Ja, hättest du denn ja gefragt, dann wäre das ja nicht passiert. Ja, ist ja nicht so schlimm. Glaub ich mich nicht mehr nach dir erkundigen, oder was? Müsste ich jedes Mal privat anschreien, oder was? Ja, besser so. Machst du mir hin? Ah, Junge. Mein Mann. Oh, das ist interessant, Johannes. Was? Was denn? Die haben hier einen chinesischen Schaltplan. Kack der Hosen da jetzt. Und dann nehmen die. Ich sag jetzt mal einen Joule-Div. Mit Mittelanzapfung. Ach. Zwei Transistoren, also wie so eine Kippstube da drauf. Und dann Output-Keule. Fertig. Und dann Output-Keule. Im Wärter. Im Wärter. Im Wärter? Im Wärter. Im Wärter. Im Wärter. Im Wärter. In der Wärter. Im Wärter. Hat jemand schon mal versucht, einen Joule Thief von einem anderen zu betreiben? Leid's denn jetzt? Indem der andere Kerner neben links oder was? Nein, 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 ich mein in Reihe. In Reihe? In Reihe? Also, hintereinander sozusagen. Hintereinander, hintereinander mein ich. Ja, das geht. Also von einer Batterie wird eine LED und dann zusätzlich ein zweites gespeist. Ah, okay. Mit einem Kondensator natürlich, was dann auch wieder betrieben wird. Was dann auch wieder ein zweites gespeist. Du kannst von Joule Thief, vom Joule Thief, kannst du sogar einen LPD betreiben, das geht auch. Aber die Frage ist, wie weit kann man diese Kette ziehen? Das Formel der Erste sagt, ich hab keinen Bock mehr. Ich mein, wenn man's so baut, dass der Stromverbrauch relativ gering ist. Das sag ich ja grad. Bis zur Ersten sagt, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt in der Reich stand, da hat's zu viel dran gelaufen. Du hast ja immer Übertragungsverluste dann irgendwann. Von dem einen zum anderen. Ja klar, aber trotzdem. Die Frage ist, wie weit kann man das aufbauen? Nach wie viel wird das? Ne, das kommt drauf an, mit welcher Angangsstande du da gehst. 1,5 Volt. Wenn der Dutz wahrscheinlich am 2. Bis zur Software. Dann geht's auch gar nicht mehr. Ich seh schon die nächste Challenge. Wer kriegt die meisten hintereinander? Das ist ja voll Quatsch. Mit demselben Stromverbrauch. Aha. Du hast ja eigentlich nur den Stromverbrauch von dem Allerhersten. Das, was ihr dann nachher dranschließt, da wird's dann immer weniger, 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 weniger und dann ist ein paar Punkte. Allein schon vom Logischen Sprechen her. Bisschen limitiert. Ja, aber trotzdem muss es möglich sein, dass dieser Schaltung noch mehr raus holen. Wie willst du denn eigentlich noch raus holen aus der Schaltung? Ja, die muss 5 Jahre durchleuchten. Ach, 10 Jahre durchleuchten. Wieder der Batteriebohr kaputt. Ja, sonst ist dann halt das Problem der Batterie. Da wird ausgelaufen, der Batterie wird dann leuchten. Du musst beim Batteriehersteller mal klingeln und sagen, wieso immer welche bauten ein bisschen länger halten, ohne auszulaufen. Ja. Ja. Du könntest ja theoretisch mal mit dem Akku versuchen, aber das ist ja auch wieder scheiße. So einer großen LKW-Batterie. So einen Akku hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ja, so klein. Oh. Ne, Kacke. Das macht das Problem. Aber definitiv weniger Leistung und weniger Kapazität. So, dass er 4 Holt bauen und machen das mit so 14.000er, 400er, wie es heißt. AA-Größe. Nehmt sich selbst nach am besten. Das wäre optimal. Ja. Du hast das jetzt immer, wenn du sie zu kümmern. Was sagst du, wenn du sie zu kümmern? Nö, Gespräch beendet. Möge das große Schweigen beginnen. Ja, das große Einschlaufen. Das große Einschlaufen beginnt gleich. Okay, dann schlaute! Äh, sag mal, wenn wir hier schonmal bei dem Thema TrueTip sind, hat jeder von euch mal die Trigger und die Power miteinander verdrillt und dann auf den Kern gewickelt. Ja. Normalerweise müsste der ja besser funktionieren wie ein Standard TrueTip, wo die auch in den Trigger separat gewickelt sind auf den Kern. Weil die ja eine höhere induktive Kopplung hast, wenn du Power und Trigger verdrillen tust und dann auf den Kern gewickelt hast. Bei DMF gebe ich dir schonmal komplett recht. Aber bei TrueTip, weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Ich weiß nicht, ich hab schon noch nichts getastet. Also bei DMF, anders mache ich, Alter Achim und so, die machen das jetzt so. Ich mach das ja normalerweise auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt hier und die Sozialflugswicklung nenne. Ich hab doch gar nichts drüber nachgedacht. Oh, verdrillst du jetzt, verdrillt beim DMF geht auf jeden Fall eine Ecke besser, wie wenn es nebeneinander gibt es. Ja. Das, das kann ich schonmal auf jeden Fall sagen. Ja, weil die, weil die induktive Kopplung halt da höher ist. Ja. Du, du, du kriegst auch komischerweise mehr Länge drauf, wenn du das verbrillt hast. Ja. Achso. Wie kann das denn passieren? Tja. Das ist große Frage. Das ist ja relativ simpel sogar zu organisieren. Seh jetzt, nur, nur mal so aus Spaß. Ich mach mir den Spaß jetzt mal. Wenn du zwei Drähte in den Schraubstock spannst. Ja, auf der anderen Seite hast du deinen Akkuschrauber. Du willst die verdrillen. Du musst dann irgendwann mit dem Akkuschrauber immer näher einen Schraubstock dran rücken. Das betrachtet dran Länge. Länger. Das ist selber Windungsanzahl. Ja. Bei der selben Länge vom Originaldraht. Die Windungsanzahl hängt ja von der Dicke ab. Oder brauchst du nur einmal auf den Umgekehr, ne? Das ist schon mal grundsätzlich mehr drauf. Längst du mehr drauf, wenn du es auf den Umgebungsanzahl beginnst. Also von der Induktivität her, ja, aber von der Menge? Nicht von der Menge, sondern Länge. Von der Länge halt. Wenn man den Draht theoretisch wieder ausklappen würde, ja, dann. Du hast ja in diesem Sinne zwei Drähte miteinander verdrillt. Also hast du einen gemeinsamen Draht, darf ich jetzt einfach mal. Ja, du brauchst nur halt weniger Platz. Wechseln mehr drauf. Habt es jetzt anders gedacht. Ich hatte jetzt nicht die Einzelnen so gezählt, sondern ich hatte beide als einen halt. Äh, äh, naja. Eine Wicklung, eine Wicklung, eine Wicklung, aber dann halt gleichzeitig die Doppelte einfach. Die Doppelbringe. Ja, aber trotzdem, wenn man das wickelt, zähle ich halt eins, zwei, drei und halt weiter. Aber trotzdem weiß man am Ende halt, ist die überhaupt gute Anzahl. Aber man zählt ja nicht, man zählt ja nicht zwei, vier, sechs, das wäre ja doof. Und wieviel Bindungen reden wir denn? Beispielsweise bei RemF. Bei RemF? Bei meinem. Nee, allgemein. Allgemein. Und wieviel Bindungen reden wir denn? 80? 10 bis, äh. 10 ist scheiße, das geht nicht richtig. Mit, mit 6 Volt Batterie geht's nicht. Also, ich würd sagen, ich mach immer so, Minimum 15 bis, äh, über 100. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja 200, ich hab ja 200 auf meinen drauf. 15 bis über 100, das hab ich nicht. Da, da, da könnt's ne Digger Politiker werden. Ja, das ist genau so langsam. 15 bis über 100. Ja, Mann, irgendwo, ja. Lutz, minus 100 nochmal. Das ist ja an der Baugröße, aber kennst du schon, dass es Mike sein RemF ist? Ja, er hat 15 bis über 100. Ja. Normal auch bei Schwindeln. Hat ziemlich viel Sturm noch Hans. Und? Heißt du, Schwindung oder was? Nee, von der Hand. Wer weiß, mit 30 Jensen oder Herrerspieße keine Geige ist, sei egal. Da schläft Politiker, weißt du? Naja, der Resseln kann. Ja, ich mein, der hat ja schon den Hust durchgezogen, der RemF. Ja, mit 15 bis über 100 oder so, gell? Also, also ziehen tut? Ja, ha ha ha. Ja, gut, also wer ist jetzt so Intuitifikerin, äh, mit 30 bis 100 Jensen oder so was, gell? Nee, nee, mach 15 bis über 100. Du hast 15, ja, ha 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 ha. Das ist besser. Welchen Grad, von 0.2 bis 0.6 oder bis 1 Quadrat? Nee, der ganze von 0.1 bis, äh, 1.5 Quadrat. Ich sag nur, ich sag nur, der Draht, mit dem ich gewickelt hab, der ist dünner als mein Haar. So, nur 15 bis 1 Quadrat. Nur 15 ist nicht dünner als ein Haar. Nee, der ist... Das wäre dann 0.5 oder so was in der Richtung. Naja, irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall... Sowas hast du gewickelt, das ist ja nicht abgenossen, in dem Fall. Nee, ist mir nicht. Okay, er hat fein gefüllt, nämlich es ist was. Okay, ich meine, äh, was für mich jetzt ein gutes Beispiel, äh, ne, ich hab grad keins. Ähm, ich könnte aus dem Mikroskop so eine SD-Karte holen, da hab ich noch Videos drauf. Ich glaub, ich hol mal ganz kurz, äh, die SD-Karte. Wieso geht das jetzt zum Erfolg? Ich mein, da sind auch über 100 Wicklungen drauf. Auf der SD-Karte? Nein, hier auf dem, äh, auf dem hier. Der, der Draht so dünn ist. Na gut. Da sind auch über 100 drauf. Könnt sein, nur noch... Deswegen ist die Scheiße auch so effektiv. Da hat's schon dran, ja, und da hat's einen kurvenischen Effekt. Ja, oder das? Ja. Oder wenn die Alufolie nicht richtig liegt, dann, äh, schwingt der was von sich. Ey, gern. Jetzt, da wird fest, dass sich das nicht mehr bewegt. Alles gut, ey, er läuft. Ja. Aber Merkel braucht es besonder gut. Da bist du auf jeden Fall auf der SD-Karte schon seine. Ich mein, weil, äh, das Feld ist ja so weit bescheuert, ich kann doch gehen. Ja, muss ja gehen. Okay. Ach, der war gut. Ja, aber nein, gut. Thomas, ja, fang mal an. Dicke, ne? Das ist besonder, weil es nicht bescheuert. Na, mal. Ne. Heute, ne. Ich hab keiner gesagt, dass du es heute machen musst. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich hab gesagt, fang an. Du hast gesagt, fang an. Also, heute, ne. So, ich hab grad die SD-Karte geholt. Ich mach da so'n Papi Tostroff. Wenn es SD-Karte die Daubchkarte nicht eincheckt, so, ich hab die SD-Karte. Nee, falsch. Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee. So kleine Träte kann ich auslösen. Und auch wieder einlöten. Das ist ja jetzt noch länger. Das ist übrigens schon eine sehr 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 spitze Bitterzeite, die ich da drücke. Das Chip passt vielleicht 20 mal auf eine Euro-Münze. Das Teil ist schon saugt klein. Ja, ich bin gerade ein. Brauchst du den 300 Plan noch mal irgendwie? Soll ich den noch mal zu öffnen lassen? Boah, ich hab ihn ja. Kannst du mal trotzdem noch mal schicken in Telegram? Oder hau ihn mal in Discordlein rein. Soll ich ihn reinhauen? Haben wir keine Kategorie Bediener? Das wäre nicht die. Wenn nicht, machst du bei Schaltplänen. Schaltpläne, ja gut, das war ein Außer. Also ist krass, dass es den nicht mehr gibt. Das ist doch der beste Bedienerplan. Also zumindest mal auf dem Batterie regenerieren, was wir haben. Bestimmt. Zumindest Bedienertechnisch. Beißen und Eins-Nummern, bei manchen machen auch kein Schirm, ne? Schlaf." Ja. Das ist ein Kabel. A'little quärient'll, ich glaube, was er war ich. Hey, das ist nicht mehr. Ähm... L жиз. Lid. Ich muss mal festbelleiten, Die Externe ist zum Kürzen. Wozu mal auf die Zeitpredezeit steht. Oh, 20 Minuten. Entschuldetief, jetzt habe ich es gemacht. Wirst du meinen berichtigten Namen oder willst du den originalen Namen? Hast du den richtigen Original? Ich habe den richtigen originalen, aber ich habe auch meinen berichtigten. Der originale ist richtig. Das ist der gefakte schon. Gut, dann schick ich dir meinen berichtigen. Es gab damals zwei, den originalen vom Thomas und irgendein Arschloch hat den gefakt und nochmal hochgeladen, wo die die Spule getauscht haben. Das war voller Absicht. Wenn das so quer durchgeht, weil wenn das so an sich ist, funktioniert das nicht. Ne? Die Hornsäule. Ich habe meinen damals direkt von Thomas gekriegt und der war richtig. Nach zwei Hafte, deswegen glaube ich es hier hinbekommen zum Laufen. Ja, es gab zwei Pläne. Ne. Jetzt gibt es gar keinen mehr. Dann schicke ich den berichtigten mal rein. Also von mir den 2 und dieser B3 funktioniert. Wenn du alles im Urteil und sag mal so entwicklst, dann kommst du ja hin. Sind das jetzt B3. Das ist ein Blatt, ja. Das ist ein Blatt, ja. Das ist ein Blatt, ja. Das ist ein Blatt. Für uns. In Bräil woher steht, wir sind in Bräil? In Bräil woher steht der Blatt? Müsste jetzt da sein. Der hat er noch online. Der Schau kann das aber glaube ich noch online. Ich hab ihn vor ein Stück gewonnen. Das ist jetzt mein mit Helden bearbeiteter Berichtichter. Das war doch bei der Trigger, ne? Ja, bei der 7, ne? Genau. Und die 7 und 8er Deutsch war in dem Navajo scheiße. Die höchste. Ja, der ist noch online. Der ist noch online. Echt? Aber nicht so, weil den hab ich so noch nicht im Film gestellt, ja. Ne, nicht die bearbeitete Version, aber die Rote Version. Echt? Die ist noch online, ja. Aber irgendwie auch nicht richtig, sondern irgendwie auf so einer komischen Seite. Das ist, äh... Das Ding ist halt... Alle haben den mit dieser Verkreuzung, weil 7 und 8er von den Anschlitten vor Deutsch waren. Haben den so gewickelt und haben gesagt, den geht nicht. Ich bin ja selber auch dort eingefallen. Ja. Dann hab ich 7 und 8er einfach getauscht und hab so ein Schaltplan mal eingemalt. Auf einmal geht das Ding. Der ist falsch, ja. Warte mal, jetzt kann ich ja noch mal gucken, welchen ich hab. Das ist von Ebay irgendwo. Warte, ich gucke. Nein, da hab ich ja hier... Das ist der falsche. Das war ja damals... Du hattest ja auch extra noch mal ein Video gemacht, ne? Ja, ich hab extra Video dazu gemacht, stimmt. Da gibt's sogar ein Video, ja. Genau, ja. Wer im Schaltplan. Nein, ist das bei Werer. Das jetzt online ist noch, das bei dir jetzt auch nicht. Muss ich noch mal gucken. Das wär schon wichtig, ne? Ja, ich schau mal. Das und ist, aber... Nicht dann stell ich's halt wieder und. Das ist ja kein Problem. Muss ja sein, dass es eins ist, was damals hier dem... über alles auf zum Opfer gefallen ist. Hm. Die Linke sind 3.0. In den Teil hab ich schon... Nein, da bist du eigentlich dabei noch. So. Ich sag jetzt auch mal tschau. Jo, tschau viel. Okay. Ich brauch mal nach. Also... Falls ich das wirklich auch privat hab, dann... Na, das wär gut. Wenn michi jetzt jemanden fragen würde, hätt ich dem gesagt, hier, VGB, da hat er's ein Video gemacht. Dann hörst du mal wieder hinkommen, zu den... Dein... Ich guck's. Jetzt ist ein bisschen... Jetzt wollen wir auch. Und dann gibt's ja heute schon. Ja. Ich dachte, wird halt voll kosten. Sie hat sich auch das auftut. Wie doch. Sie hat sich auch das auftut. Wie doch. Ja, oder? Ja. Das ist schon eh... Das ist schon eh... Ja. 3.0 komplett auseinandergenommen. Danach hab ich gar nicht drüber reden. Ja. Die Lierung von 3.0... Äh. Äh. Ja. 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 Jetzt sind... Öffentlich. Öffentlich. Hochstandungsgefühl. Verspruch. VHS. issance. Intensäureareahhh. ocheargh dazu. Gestaltensäure. Genau. Da geht's noch. Was and ter Mikroge am Versicherung? Ich bin jetzt bei 664. Und gleich kommt bestimmt wieder der Kodak-Schaltplan. Wo sind wir denn jetzt? Oh, November bin ich schon. 2009 aber immer noch. WTF? Ich bin jetzt bei 664. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin begeistert, dass wir jetzt mindestens 1080 haben. Vielen Dank. Ja. 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 Weißt du wie lange ich den Scheiß schon habe? Ja. 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 Und da habe ich mir dann auch so ein Dreieinander gebaut. Ja. 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 Irgendwas russisch ist scheiße. Ich kann nicht russisch kennenlernen. Russische Motten. Wenn man plötzlich lesen muss, ist russische Motten. Das finde ich eigentlich nur. Krass ist hier zum Beispiel der Naudin, was der auf Französisch schreibt. Das kann ich nicht sagen. Also wenn das entschuldiges geht, kann ich. Ich weiß nicht, was der an mir ist. Krass. Aber bei kyrillischem Umstand hört es dann halt auch. Ich habe mich auch nicht im Kopf, was da was ist. Also dieses B-förmige, das ist Volt. Das weiß ich aus dem kyrillischen. Beziehungsweise V. 2009 immer noch. Alter. Also es scheint 2009 das Höchstjahr gewesen zu sein oder was. Wirklich? Normalerweise ist es normalerweise. Hast du gesagt? 110 Seiten? Was? Ja, 110 Seiten hast du gesagt, ne? 1130. Entschuldigung, 1000. Aber dann wünschen wir euch langsam mal eine Wette zu. Ja, immer noch im 2009. Bei Seite 710. Vielleicht hat die Paneu irgendwann einfach aufgehört. Das kann natürlich auch sein. Na, Leichtung hast du noch nicht gefunden, nehme ich an. Naja, jetzt wird es ja schon langsam in das andere. Ein paar Videos sind weg. Und vor allen Dingen komisch ist, auch von Lead Motor. Obwohl, der ist ja noch online. Sein YouTube. Scheinbar hat er die Videos, hat er irgendwelche Videos gelöscht. Nein. Aha. Also, das ist auch nicht so. Ich weiß nicht, dass die Videos auch hier in der Glocke nicht so gut machen. Das ist ja so ein bisschen. Das ist jetzt eben. Achtung, ist wieder hier im Studiobuch-Ankuen dran. Das ist ja auch nicht mehr. Oder neun Affärerstunden, ne neun also nicht, bei fünf Affärerstunden. War schon bei über 50, neun, die sinken komplett runter, ne? Mhm. Sie ist gerade mal bei 14.2 noch. Drei, 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 fünf, fünfzig. Für die SCA. Da brauch ich gerade mal. Mhm. Ich hab mal ohne SCA probiert, dann zur schlüssigen Batterien noch nicht. Das, das ist zu dünne. Hier war damals drüben, äh, Thomas, äh, Autocke, auch mal eine kleine Rücksprache. Die sagten, du, wie sieht's aus? Was ist denn, wenn ich das mal ohne SCA mache? Dann sagt er, ja, zum Bühler will ich, das ist gut. Man ladet auch so lange nicht. Dann macht sich irgendwie die Batterie zur Seite. Ah, okay. Ich halte mal ausprobiert. Ich hab's lieber kaputt jetzt noch, ja. Scheiße. Ja. Ohne SCA ist aber wirklich böse, was da rauskommt. Das kleine Aussiedisplay kriegst du den Puls nicht mehr drüben. Das war's. Das war's. Das war's. Das gebe ich ja. Vor kurzen Zeit war Facebook noch mal aktiv. Aber ich bin ja auch schon ein paar Monate nicht mehr genauer. Da gucke ich auch noch automatisch mal rein. Da blieb es eigentlich gar nicht, aber wenn dann mal einmal im Monat. Womit überhaupt? Ich hätte nur um die Videos zu teilen. Das macht ja auch Sinn. Aber eigentlich gucken wir ja da trotzdem mal. Das ist schon mal ein Zeug. Ich würde mal anziehen. Ich würde mal anziehen. Ich würde mal anziehen. Aber ich würde auch meinen Sieg hier. Und dann eigentlich mal in den Autok rein, gucken, ob das was ziehen wir noch mal in Na ja, hab ich geschafft. Steht ja auch schon fast wohl an bei Gino. Ja, das muss ich jetzt schon mal hingehen. Sind das andere schon? Ich hab alle schon da und wir sind alle noch eingepackt. Ja. Gut, wenn das mal umdreist, ich sag mal, wie jetzt mal ganz bescheid, ob's wie jetzt es in Europa ist. Ich will jetzt aufbischen. Ich möchte schon mal, nach welchem Schweiß ist alles durfte hier. Wie viel strömt die Nacht zum Tschül, die ist da ja auch. Du bringst das treibste von dem ganzen Text, der im Vorhof stand. Oh nein! So, ich wünschte schon die Betreuung, die sind dann besser. Was soll mich denn eigentlich für unterlassen? Das hat man heute erlebt. Achtgewinde im Unterglockentell hingehören. Akkuschrauber instandsetzen. Er ist gut geflügt, ist das Auto noch angeflügt? Ja, wir sehen. Gucken wir mal, dass er dort verweigelt wird oder was ganz anderes. Spiele im Reifen, die Story wird es immer höher. Ich habe das nicht geflügt. Ich habe das nicht geflügt. Ich habe das nicht geflügt. Entschuldigung, ich habe das Auto geflügt. Ich habe das Auto geflügt. Boah! Eintrag an mich selber, sowas mache ich nicht wieder. Ja. Das ist der ganze Mist durchs Rollen, meinst du? Ach! 1. Januar 2010, selbstverständlich. Der Besuchstrieb, wo ich mir noch das lassen bei dir war, der ist einfach weg. Das ist kein Säle. Ja, ich habe mir die nicht alle nochmal angekuckt. Okay, zumindest bitte mindestens habe ich mit dir nochmal angekuckt, wo ich dann hier einen die Fressen schon ausgepackt habe. Habe ich so gelegt und mich aber komplett schmangel. Ich glaube damals habe ich mir die auch nochmal angekuckt. Genau, hinten alles. Von denen, die wir gemacht haben, viele noch ein paar mal nachgekuckt. Für mich? Ist irgendwann immer. Ist nur arg und abspannender, weißt du? Wenn man auch durchlaufen kann, unter Dummes, ich weiß schon nochmal nichts hin dahinter. Also unter Dummes, ich weiß schon nichts hin, ne? Tolle Kotti. Boah, so geil. Weißer, das Intro. Ich habe sie erstmal bei dir gemacht. Was macht die denn da? Ich drehe apart. Oh, der war so still. Das ist weg. Hör auf mich. Oh, der war so still. War ja auch geplant, oder was? Ich habe nur ein paar Stunden mindestens zu tun, digga. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern gemacht habe, digga. Ich habe auf jeden Fall Piss. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern gemacht habe, digga. Ich habe das scheiß Buch, genau. Ich habe das Buch noch gelesen. Du lest das Buch, und dann lest ich nebenbei noch einen Stream an. Dann habe ich ab und zu mal Pause, hab in den Stream geguckt, wieder Buch gelesen. Dann guck ich auf die Uhr, und dann mache ich noch mal. Ich dachte nur so wie eins, oder so. Da dachte ich, uch, uch. Uch. Was? Ich weiß nicht. Ich will ja nur morgen um 12 Uhr aufstehen wegen Witterheizern, und dann muss, ich muss auch gar gar nichts. Und ich will wirklich was tun. Und dann kommt mein Kollege mit PKI, dann fahren wir auch mal einkaufen schnell. Dann abtet es wahrscheinlich erst mal wieder in Gemütlichkeit aus, wenn wir fertig sind. Nee, nee, als Haus bleibt das, ich muss sogar auf so Normalsee geschneiden. Das ist das einzige, was muss. Ich bin alles andere. Ich bin gespannt. Das ist scheißegal. Ich nebe bei noch ein bisschen was Schammeln, wäre es natürlich nicht schlecht. Ob ich die Runde weitermache, oder ob ich die andere Schreibe weitermache, wo es auch nicht gute gibt. Eigentlich egal. Nein. Okay. In Excel. Zwo mal hier. Stattdack. Popolik. Z2. 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 Z2 Z2. Z2. Z3. Z2. Z2. Vielen Dank. Was sagst du? Was sagst du? Ich hab für die die gerade gefahren, ob er was denn zu sagen kann, aber er hat zwittert und ein paar Beiratungen. Was sagst du? Was sagst du? Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... 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 ............ ......... 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 ...... 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 Oh, ich bin wieder aufs Köln. Äh, nicht mehr 100. Ach, so ein bisschen ja schon mehr Geräusch. Äh, die Konsequenzen lässt auch ein bisschen nach. Äh, ich geh jetzt erstmal über Video blauen. Äh, Video? Hm. Ich will ja meine ganzen Abbonnenten mal ein bisschen auf den Rand halten, oder? Dass sie schön kommentieren und liken und abonnieren. Nein. Das darf man gar nicht. Doch. Doch. Oh, fein. Den hast du anscheinend nicht? Hm. Das ist ja noch nicht ganz so. Was ist das denn? Hm. Das ist ja noch nicht so. Was ist das? Was ist das? Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...ổ... ...... ......... ...... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.